Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen YouTube-Video. Florian hier und in diesem Video möchte ich mit dir einmal darüber sprechen, wie ich es geschafft habe, innerhalb von nur neun Monaten mit dieser einen Strategie weit über 360.000 Dollar Gewinn zu erzielen. Und nein, das ist jetzt kein Schnellwertreich-System oder Betrugssystem. Ich habe natürlich einmal auch einen gewissen Betrag in dieses System auch rein investiert. Und jetzt natürlich die Frage, ist es jetzt das Klassische, ja in Coins investieren und dann natürlich halt gar nichts mehr machen oder vielleicht eine ganz andere Sache, nämlich vom automatisierten Handel an der Börse mit zu profitieren. Und darüber möchte ich mit dir jetzt gerade einmal genau in diesem Video einmal mit dir auch sprechen, denn es geht nun mal darum, wie du jetzt auch persönlich gesehen, ja von einem der größten Märkte mit profitieren kannst. Und wenn wir uns das Ganze natürlich hier auch einmal anschauen, kannst du natürlich selber einmal an der Börse handeln, ja. Beispielsweise Euro gegen Dollar handeln, Bitcoin gegen Dollar handeln. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten, was du hier einmal machen kannst. Aber es gibt nun mal sehr viele Menschen da draußen, die absolut keine Zeit haben, sich mit der Börse zu befassen, sich mit Finanzen grundlegend dadurch zu befassen und da halt auch immer wieder neue Entscheidungen zu treffen. Denn deswegen haben wir auch nochmal ein weiteres Modul auch ins Leben gerufen, was für dich auch nochmal eine weitere Möglichkeit wäre, automatisch von der Börse mit zu profitieren. Denn wir haben natürlich ein sehr großes Trading-Netzwerk, was du natürlich auch einmal für dich zunutze machen kannst und einfach auch Investor sein kannst von so einem großen Markt. Wichtig ist einfach auch dabei zu beachten, an diesem Markt werden weit über 5 Billionen, ja Billionen, nicht irgendwie eine Million oder sowas oder eine Milliarde, nein, Billionen werden da am Tag umgesetzt. Ja, so 5 Billionen. Und da ist einfach nur wichtig zu verstehen, da ist einfach genug da für dich, für mich, aber auch für eine größere Community, da einfach sich ein kleines Stückchen so vom Krümel, vom gesamten Kuchen einfach auch abzuzwacken und es sich in eigene Tasche zu stecken. Und das ist auch vollkommen legitim. Denn an der Börse verlieren tagtäglich Leute auch ihr Geld, aber es gibt auch Leute, die hier auch tagtäglich Gewinne erzielen. Und genau von diesen Gewinnern kannst du natürlich auch automatisiert an der Börse profitieren. Und wie sieht das Ganze einmal aus? Wichtig dabei, immer die wichtigsten Fakten, dass du immer ein eigenes Trading-Konto erstellen musst und niemals irgendwie dein Geld an jemand anderen sendest. Nein, du musst dich einmal bei dem Broker registrieren, wo auch dein Trader handelt. Dann kannst du dir ein eigenes Trading-Konto eröffnen, dann kannst du einmal selber auf diesem Trading-Konto handeln. Diese Transparenz obliegt dir immer zur freien Verfügung. Oder du sagst einfach, nein, ich möchte jetzt einfach, weil ich keine Ahnung habe, wie die Börse funktioniert, weil das ja auch immer viele Entscheidungen sind, ich kann gar keine technische Analyse und, 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 und. Ganz wichtig, wenn du keine Erfahrung hast, dann trade auf gar keinen Fall. Das ist grob fahrlässig. Du wirst dein Geld zu 100%ig verlieren. Das ist Fakt, zu 100%. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass du ja das Geld, was ja jetzt einmal auf der Börse ist, bei dem Broker deiner Wahl, also wie dein Bankkonto, wie bei der Sparkasse oder Volksbank, kannst du dann einmal an einen professionellen Trader gehen, der schon nachweislich eine sehr gute Statistik hat und du kannst dich an diesen Trader mit einmal verbinden. Das heißt, wenn der Trader dann hier selber am Chart natürlich halt auch handelt, ja, und dann auf fallende Kurse setzt oder auf steigende Kurse, weil beides funktioniert, ja, somit kannst du von beiden Richtungen profitieren. Und wenn dann der Trader, der für dich in dem Sinne handelt, ja, der handelt ja immer nur aus deinem eigenen Konto, kannst du einfach dein Handelskonto, was du ja eh hast, einmal an den Profitrader verbinden und dann, sobald der Profitrader einmal seinen eigenen Trade ausführt am Markt, also halt auf fallende Kurse oder steigende Kurse auch einmal setzt, macht dein Konto eins zu eins genau dasselbe. Heißt also so ein Beispiel, stell dir vor, der Trader tradet selber mit einem 10.000-Dollar-Konto, ja, oder Euro-Konto, spielt nicht so eine große Rolle, ehrlich gesagt, ist ja fast dasselbe. Und wenn er ein Prozent von seinem Konto macht, macht er 100 Dollar oder Euro. Wenn du jetzt beispielsweise 5.000 Euro investierst, dich an den Trader verbindest, dann machst du keine 100 Euro Gewinn, sondern du machst 50 Euro Gewinn, weil das ja ein Prozent sind von deinen 5.000 Euro. Dasselbe Prinzip mit 1.000, mit 1.000 machst du dann 10, ja, wenn du aber auch 10.000 hast, machst du auch 100 und das ja beispielsweise am Tag, wenn du das mal ein bisschen hochrechnest und dann noch den Zinseszins mit drauf haust, der wirklich ziemlich krass ist, wenn man versteht, wie er funktioniert. Das werde ich dir auch gleich mal einmal kurz zeigen. Aber absolute Vorsicht jetzt gerade, ja. Wenn du selber schon mal auch unterwegs warst, bei irgendeiner Börse, bei irgendeinem Broker, Copy Trading, also dieses automatisierte Trading ist komplett in neuster Mode. Ja, wir machen das ja auch schon extrem lange. Wir haben da auch super gute Strategien, die da auch sehr gut funktionieren. Wichtig dabei ist aber, dass extrem viele Trader auch eine relativ fakie Statistik haben. Ja, und das hat eher ein bisschen wie Scam auch riecht, weil sie am Anfang mit falschen Kontendaten auch gehandelt haben. Heißt also mit einem ganz kleinen Konto eher groß, was im Markt bewegt. Ja, und damit sieht die prozentuale Statistik auch viel, viel interessanter auch einmal aus. Wichtig für dich ist es einfach zu analysieren, welcher der richtige Trader ist, also ein guter Trader ist, den du verwenden solltest und wer die falschen sind. Und genau deswegen haben wir da auch nochmal eine kleine Hilfstellung natürlich auch einmal integriert. Denn ich habe einmal ein Videotraining abgefilmt, wo ich einmal mein Trader-Portfolio komplett einmal transparent offenlege, die auch ganz genau zeige, wie ich mit 100 beziehungsweise mit guten sechsstelligen Konten auch selber investiert bin und wie ich damit auch agiere. Dasselbe erzähle ich natürlich auch, wenn ich jetzt nicht so viel Geld hätte, sondern zum Beispiel nur 10.000 Euro hätte oder auch nur 2.000 Euro hätte, wie das dann auch funktionieren würde. Mit der maximalen Transparenz für dich, was du am Ende auch immer komplett noch selber und eigenständig auch entscheiden kannst. Und eine dieser Strategien, was ich dir zu Beginn des Videos gesagt habe, womit ich 360.000 Dollar Profit gemacht habe, möchte ich dir jetzt auch einmal zeigen, was das nachweislich für gewisse Statistiken und Strategie natürlich auch hintersteckt und wie das auch für mich persönlich einmal funktioniert hat. Wichtig dabei, wir gehen jetzt einmal hier auf MyFxBook und dann schauen wir uns einmal kurz die Statistik auch an. Ich zeige dir auch noch mal ein bisschen mehr. Ich erkläre dir das auch mal total simpel. Und zwar ist es halt wichtig, dass wir hier immer einmal die gesamte Rendite haben mit dem Zinseszins. Den schauen wir uns aber gleich mal an, wie das funktioniert. Absolute Gain ist 159. Das ist jetzt aber dann schon immer ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Buggy, aber schon ein bisschen Buggy. Ja, das Konto fängt nämlich immer mit 2.000 Dollar an. Ja, und da wird immer wieder Gewinne realisiert. Ja, dann siehst du auch hier einfach, Profits sind schon über 9.900 Dollar. Das heißt also, selbst wenn das Konto mal kaputt geht, ja, spielt das gar keine große Rolle mehr, weil man hat ja schon 9.900 Dollar hier einmal Gewinn wieder reingeholt. Was für Daten sind hier noch weiter interessant? Wir haben eine maximale Inanspruchnahme des Kontos von 56%. Und ja, der eine oder andere würde jetzt sagen, boah, das ist schon echt viel. Der andere würde sagen, boah, spielt ja gar nicht so eine große Rolle. Es ist nur das, was auch einmal in Anspruch genommen worden ist. Ja, weil nichts ist risikofrei. Das ist ganz wichtig. Diese Strategie funktioniert auf jeden Fall wunderbar. Das zeige ich dir gleich, was auch das für ein monatlicher Durchschnitt war. Also, hier siehst du es auch schon direkt, ja, 14,2% im Monat. Und das seit Juni 2020, ja. Und das heißt also, seit über, ja, seit knapp drei Jahren einfach, ja, knapp über 10.000 Dollar hier auf diesem Konto Profit gemacht. Ja, hier ist einfach immer wieder die Strategie, auch immer wieder die Gewinne abzuschöpfen, immer wenn man halt ungefähr 10% Gewinne gemacht hat. Ja, das ist relativ smart. Und dann kommt man am Ende auf so ein tolles Ergebnis wie diese 9.900. Und das ist halt wichtig. Das Ganze musst du gar nicht so krass studiert haben. Aber wichtig ist einfach, wenn du das mal deinem Bankberater erzählst, was für Prozente möglich sind, dann, ja, hält er dich auch für verrückt, ja. Das ist jetzt zum Beispiel 2023. Hier, wo ich jetzt gerade das Video aufnehme, ist der März 2,5%. Letzten Monat 11%. Januar 15%. Und das ohne Zinseszinseffekt. 2022 siehst du selber. Genau deswegen ist der Durchschnitt auch ungefähr bei 14%. Ja, das ist brutals. Hier 17, 17, 16. Und es geht immer so weiter. Genauso wie 2021. Diese Strategie funktioniert schon die ganze Zeit. Ja, ist das jetzt eine Garantie für die Zukunft? Auf gar keinen Fall. Und genau dieses Risikomanagement musst du auch einmal verstehen. Aber es ist nachweislich schon sehr lange am Funktionieren. Und ja, bringt mir natürlich eine Menge Profit auch ein. Ich habe selber nur in dieses Konto, was ich hier gezeigt habe, einmal 100.000 Dollar investiert. Jetzt bin ich bei 460.000 Dollar. Ja, das ist wirklich brutal. Und es werden jetzt natürlich Gewinne realisiert. Und das war es dann jetzt auch. Wichtig aber auch dabei, ich habe das ganze Jahr seit ungefähr Juli gestartet. Und ich habe hier 14% gemacht, dann hier nochmal 14, dann 17, 17, 15, 13. Und jetzt kannst du dir auch die Frage stellen, hä, what's going on? Wie kommt man denn von 10.000 bitte auf 460.000? Mit den paar Prozenten. Ja, wenn du hier 14 machst, hier auch wieder 14, hier auch wieder 18, hier auch wieder 18, 15, 14, ja, dann sind wir mit einem Durchschnittsinvestment beziehungsweise Rendite von circa 18%. Ja, und das so innerhalb von neun Monaten. Und da kommt der Zinseszins ins Spiel. Und den möchte ich auch einmal gerade mal kurz erklären und auch zeigen, wie sich das für mich auch ausgewirkt hat. Ja, einmal muss man hier Anfangskapital eingeben von ungefähr, also ich habe ja mit 100.000 gestartet. Ich habe einen Durchschnittsgewinn gehabt ungefähr von 18%. Ja, ich bin jetzt hier seit neun Monaten auch einmal dabei. Wichtig dabei, nicht auf Monate stellen, sondern Jahre, weil das hier per Arno ist. Ja, also hier, Prozente per Arno ist immer pro Jahr in dem Sinne. Deswegen muss das hier auf Jahre stehen. Bei uns im Kopf ist es aber auf Monat gesehen. Ja, und das ist auch das, was die Hedgefondsmanager beispielsweise auch im Jahr machen. Wir machen das aber einfach im Monat, weil wir einfach die maximale Transparenz haben. Aber auch wichtig, das Risiko muss dazu auch verstanden sein. Und das ist dann teilweise besser, als wie in irgendeinen so einen Shitcoin zu investieren, in irgendeine Kryptowährung, die eh total wie eine Blackbox ist. Ja, da gehe ich doch lieber in ein Investment am größten Finanzmarkt der Welt. Ja, und dann kann ich das Ganze ja auch nochmal berechnen. Ja, und dann siehst du nämlich, dass hier gerade ein Betrag rauskommt von 443.000 Dollar. Ja, beziehungsweise Euro. Ja, und deswegen bin ich jetzt auch fast bei 460, weil der Zinseszins hier auch einmal pro Tag wirkt. Obwohl ich hier eigentlich nur 18% circa pro Monat gemacht habe. Ja, und ist das eigentlich super smart. Theoretisch gesehen sind das ja, sage ich jetzt einfach mal, im Durchschnitt 100%. Ja, ein bisschen mehr wie 100% auf diese Monate. Das heißt, eigentlich müssten hier nur 100.000 stehen beziehungsweise 200.000. Aber nein, dank des Zinseszinss habe ich nichts ausgezahlt, habe das Geld weiterarbeiten lassen und bin innerhalb von neun Monaten auf so eine beträchtliche Summe gekommen. Und da das natürlich so ein großer Markt ist, funktioniert das auch. Aber es gibt auch eine Limitierung. Es ist nicht für jeden zugänglich. Ja, die Menschen ist es nicht dafür gemacht, allein aus der Psyche, dass da jeder auch profitiert. Ja, weil das Ganze ist ein Mindset-Game. Ja, deswegen verlieren ja auch so viele Leute an der Börse, weil sie das Risiko nicht verstehen oder an falsche Copy-Trader investieren, also an automatisierte Trader oder selber auch traden. Auch ohne Strategie fallen da auf die einfachsten Mindset-Dinger einfach rein und das ist einfach grob fahrlässig. Damit verbrennst du einfach nur dein Geld. Und hier hast du auch einmal extrem große Möglichkeiten, auch gut nach vorne zu kommen, weil du siehst hier selber einfach, was nach den Monaten passiert. Wichtig, wie gesagt, nicht Jahre, sondern Monate. Hast du hier natürlich einmal auch den Überblick kapital inklusive Zinsen, was das hier einmal für krasse Auswirkungen einfach mit sich bringt. Wichtig dabei, genau dasselbe Prinzip, auch natürlich mit 10.000 Euro, genauso wie auch mit 1.000 Euro. Das Ganze ist da immer gleich zu behandeln. Heißt also, innerhalb von neun Monaten 3.000 Euro Gewinn. Wenn man natürlich ein bisschen mehr Kapital auf Seite hat, dann ist das natürlich schon mal ein bisschen heftiger. Dann hast du insgesamt hier 34.000 Dollar Profit gemacht in neun Monaten. Das ist teilweise schon ein Jahresgehalt von dem einen oder anderen. Und ja, da kann man sich mit auch geisteskrank reich rechnen. Wichtig ist immer dabei, dass man ein breites Trader-Portfolio hat. Ich selber mache es auch. Ich bin auch selber Trader. Ich bin auch selber Investor. Wichtig dabei ist immer, ich agiere selber an den Märkten, aber maximal auch nur eine Stunde am Tag, weil mir das vollkommen reicht. Ja, ich investiere aber nochmal in weitere Projekte, genauso wie in Kryptowährungen oder weitere Assets und lasse natürlich andere Trader für mich arbeiten. Heißt also, du kannst auch super smart andere Trader für dich arbeiten lassen und somit auch zeitnah extrem hohe Gewinne machen, weil das ist jenseits von Gut und Böse für den einen oder anderen. Und wahrscheinlich denkst du jetzt auch so, boah, nee, das kann gar nicht funktionieren, dass man so hohe Prozente macht und all sowas. Aber ich kann dir sagen, doch, ich mache das schon seit super vielen Jahren und auch meine Schüler, die bei mir im Bildungsinstitut mit dabei sind, ja, die machen auch tagtäglich teilweise ein, zwei, drei Prozente am Tag auf ihr Kapital. Und das ist ein extrem heftiger Hebel. Und du hast einfach auch diese Möglichkeit, jetzt natürlich auch einmal in solche Systeme natürlich mit rein zu investieren. Ja, ich werde dir das Ganze auch einmal wahrscheinlich jetzt auch hier unter dem Video auch einmal einfach mal verlinken, dass du dir dieses Segment auch einmal sichern kannst und selber entscheiden kannst, ob du investierst oder nicht investierst. Da haben wir einmal ein Videotraining ins Leben gerufen, was du dir jetzt einmal, wie gesagt, sichern kannst. Aber ich werde das auch nicht für immer öffentlich halten. Ich werde das irgendwann auch schließen, weil das für mich auch einmal ein komplett automatisiertes, passives Investment ist. Und ich selber baue natürlich aktiv meine Company auf, weil ich einfach Bock habe, was aufzubauen. Und das ist für mich einfach ein extrem großer Sektor, da auch viel mehr im Unternehmertum zu verstehen. Aber es soll gar nicht um mich weitergehen, es soll um dich gehen, wenn du einfach auch von solchen Systemen, von meinem Portfolio, was ich auch nutze, profitieren möchtest. Unter diesem Video hier einmal das Videotraining auch verlinken, was du dir jetzt einmalig sichern kannst. Und dann kannst du selber für dich entscheiden, fragen, ob du selber einmal in dich selber investieren möchtest und das Ganze lernen möchtest, wie du andere gute Trader für dich arbeiten lassen möchtest. Wenn du das nicht haben möchtest oder dir das nicht leisten kannst, dann musst du dir das nicht kaufen. Mich interessiert das relativ wenig. Das ist für dich eher eine großartige Chance. Ja, du solltest auf jeden Fall ein paar hundert Euro beziehungsweise ein paar tausend Euro einfach da rumliegen haben und einfach gut investieren können und einfach hier in dich selber investieren, damit du das Verständnis hast als Investor und auch genau weißt, wie du andere Trader für dich arbeiten lassen kannst und wie du auch davon natürlich von meinem Trader-Portfolio einmal profitieren kannst. So, wenn das für dich interessant ist, klickst du hier einmal unter diesem Video. Da kannst du dir das Produkt einmalig sichern. Ja, kein Abonnement oder sonstiges. Es ist eine einmalige Zahlung und dann hast du direkt einen Zugriff auf dieses Videotraining. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und wir sehen uns dann zum nächsten Video. Mach's gut. Ciao, ciao. Dein Flo.